Hallihallo Hallöchen, hier ist das Dauerwerbevideo und ich meine es ist die Nummer 12 ich kann mich irren, es ist die Nummer 12, ich meine es wäre die Nummer 12 Dauerwerbevideo Nummer 12 und ich habe heute nette Post bekommen ich habe nämlich mit dem Ansgar Wollnick von GreenCH wegen einem interessanten Projekt telefoniert und war ein bisschen hilfreich und finden wir heute hier von GreenCH einen Umschlag und da ist was für das drin, freundliche Grüße und so weiter das ist aber gar nicht doch, das ist irgendwie genau und ich habe es noch nicht ausgepackt extra für euch das ist ein Swiss Memory, Swiss Bitend und so weiter also ein USB Teil mit Dingens jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Sorte das ist welche Sorte das ist das ist ein bisschen geschreddert worden oh, wieder also ein wunderbares USB Verlängerungs-Dingsbumskabel das kann man ja auch immer brauchen von denen habe ich jetzt ungefähr schon 10 Stück also falls die jemals knapp werden nach dem Atomkrieg, wendet euch an mich und dann habe ich hier, aha, das ist also hier die mal gucken also hier ein USB, ein Gigabyte meine ich stünde da drauf, oder? irgendwas stand da drauf Swiss Memory ich meine, da stünde irgendwo ein Gigabyte guck mal Swiss Memory, ein Gigabyte Swiss Bit, ein Gigabyte sehr wunderbar zack, nee, so wie geht denn das hier? ok, hier ist so ein komischer Schalter ich weiß nicht genau, wofür der ist aha, da kann man jetzt ah, da ist noch so ein da ist ein Kuli ist das ein Kuli? ja, da ist ein Kuli drin schnuckelig ja, da kann man hier so so ein Kuli ausfahren wunderbar ne, würde ich jetzt nicht nehmen zum die Fingernägel sauber machen und jetzt muss man hier muss man irgendwas tricksen damit man das hier reintun kann denke ich mal ich will das jetzt irgendwie nicht mit Gewalt machen so geht's nicht das ist hier wieder für ah, ja, ok man muss das hier so man kann das man seht hier dieses Plastikding das kann man hier so zurück machen dann macht man den USP-Strick rein und macht das dann so und dann kommt das hier an den an den Schlüsselbund Schlüsselbund wo habe ich jetzt den Schlüssel? das habe ich irgendwo anders abgeworfen aber das ist ja auf jeden Fall cool das kann man dann so an den Schlüsselbund machen dann hat man immer ein Gigabyte dabei hervorragend, oder? ist das nicht schön? so was machen wir in der Schweiz ne, und mal schauen vielleicht machen wir demnächst auch ein bisschen was in der Schweiz ähm, ok ähm, das war's schon vielleicht das kriegt ihr nicht das verlose ich euch nicht da könnt ihr so viel Links setzen, wie ihr wollt aber wisst ihr was? ich verlose euch was anderes wenn ich es jetzt gleich finde wenn ich es nicht finde, verlose ich es euch auch wo habe ich denn das jetzt hin? wo habe ich denn das jetzt hin? Mann ich habe ja nämlich hier ein schönes Buch zum Verlosen für euch extra nur für euch ganz allein zum Verlosen und jetzt finde ich es nicht muss ich es euch nächstes Mal zeigen ja ich hatte das doch hier hingestellt, oder? ne, ich wollte es hier hingestellt haben aber ich habe immer noch die Schlammbrille, ja die gibt es immer noch für einen Euro äh, könnt ihr euch dann in safe tun bis 2010 ja, Deutschlandbrille da steht auf den, auf den Dingern steht hier, seht ihr, Deutschland drauf so und für einen Link auf das Dauerwerbeblock ähm, ja bekommt ihr die und äh, der, äh, Kapselzähler der ist leider schon weg und ich finde jetzt wirklich das andere Teil nicht ah, vielleicht hier, Moment hier habe ich doch den großen Stapel mit allen Sachen vielleicht da habe ich nämlich kürzlich Besuch gekriegt dann muss ich alles ganz schnell wegtun und ich finde es nicht naja gut, also, ähm da sind auch nur unwichtige Sachen aber ok nächstes Mal dann aber wie gesagt das behalte ich selber nanananana so ok, tschüss